hallo liebe drei freunde ich melde mich mal wieder aus frankfurt am main hier wird gerade ein intercity zusammengestellt dahinter steht ein icc bin also hier am rangierbahnhof frankfurt am main da steht noch rangier lockt ja es wird ja gerade alles vorbereitet zusammengestellt und ihr seht vielleicht hier überall die blinkenden lichter und ganz im hintergrund natürlich die skyline von frankfurt ja schon interessant hier sehr interessant was hier so nachts los ist damit auch morgen früh der zu verkehr wie läuft ja das war's von euch mit in krein macht's gut tschüss